Ich bin doch irgendwo mit Unsichtbarkeit oder sowas, das wäre natürlich ganz geil. So, okay, da hast du zumindest schon mal einen Vogelkreis. Aber ich kann ich ja auch schon mal retten. So ist das nicht schön, ey. Leichter gesagt als getagen, glaube ich, ne. Dafür ist der Fette nämlich da. Achso. Oh, okay. Hauptsache, die werden nicht wiederbelebt. So, boah, ist das ein mühseliger Kack hier in dem Kack. Ich glaube, ich 2 und 3, es reicht. Und wieder 3 Stück investieren. Los, 3. Waffe holen für den Slick. Nein, die scheint wirklich endlos zu respawnen. Das ist natürlich dann echt beschissen. So, 2 Stück, okay. So, jo, 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 jo. So, das war's schon, oder? Jo. Boah, ich hab keine Ahnung, ich weiß jetzt einfach nicht, was ich tun soll. Ich versuch's hier echt mal wegzuschieben. Ich glaub nicht, dass das die offizielle Lösung wäre, aber wenn das funktioniert, wär's natürlich top. Gehe ich zwar nicht von aus, aber guck mal, jetzt steht hier zum Beispiel schon wieder keiner mehr. Das heißt, irgendwo gibt's da eine Lur, die ich noch nicht so wirklich durchschaut hab, scheinbar. So, ich kann sie nicht wegschieben, warum kann ich sie nicht wegschieben, was soll das denn? Folgt ihr mir jetzt? Ich bin der Obermauzieher. Ich bin der Obermauzieher. Piss off, was? Hör mal, ich hab ja den Knarren da. Ich finde, ich sehe eigentlich ziemlich geil aus. Mit meinen Laser Augen, ey. Ich krieg die da nicht weg. Ich krieg die da nicht weg. Ich bin so ein blödes, die einfach mich durchlaufen können. Das gefällt mir nicht sehr gut. Nein, nein, nein. Okay, dann ist da noch ein Respawnpunkt. Und zwei Arbeiter. Okay. Ich sehe, als Töte erscheint er dort sofort wieder. Und hier ist einer mit einer Pistole, okay. Oder? Okay, die könnte ich jetzt schon mal rauskriegen. Das ist doch schon mal schön. An die da hinten könnte ich auch drankommen, wenn ich gut bin. So, okay. Warum denn jetzt Alarm? Ich will keinen Alarm. Nein. Lebt ja nun jetzt wieder. Oder was? Mal nochmal Quicksafe. Erstmal im Moment. Ich gucke wirklich erst mal, ob ich da nicht wirklich doch einen Tod irgendwo dabei habe. Nein, nicht so. Nicht so. Null. Okay, alles klar. Nein, okay. Hier ist alles in Butter. Hey, ihr Chumps. Hey, Quicksave. Ich will jetzt hier nochmal Quicksafe. Ich weiß nicht, wie ich weiter gucken kann. Ich hab keine Ahnung. Ich will jetzt hier keinen Quicksafe machen. Echt nicht. Oh mein Gott, ich bin grad... Ich hab grad einfach die ganze Zeit nicht geatmet. Oh ja. Hey, hey. Jetzt mach ich einen Quicksafe. Oh mein Gott, ich konnte grad auf uns zu okay. Alles klar. Schnell. Okay, jetzt hab ich acht. Sechs Stück fehlen noch. Alter, wo sind die denn? Gut, ich geh doch erstmal hoch, würde ich sagen. So, okay, komm. Quicksafe aber natürlich. Nicht vergessen, nicht vergessen. Äh, bouncy, bouncy. Kein Problem. Wow. Bisschen hoch. Ich hab natürlich nix toll. Das ist so ein Gegner, oder bin ich blöd? Kannst grad... Okay, ja, ist das ein Gegner. Ach, es ist wieder so ne Stimmkacke. Das ist ja cool. Hä, so ne Stimmkacke. Ist ja geil. Gefällt mir. Geh mal da runter. Äh, ja. Ja, ich sag nach oben und nach unten zu klettern. Ist ja klar, ist ja klar. Hä, was ist das denn hier? Mensch. Okay, da ist auch noch einer. Perfekt. Es sind ja nur noch fünf. Toll. Äh, ja, 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 okay. Hä. Ja. Gut, gut, gut. Das hast du sehr gut gemacht, Dennis. Ah, ich kann jetzt aber schnell da rein. Da ist noch einer. Äh. Okay. Okay. Guck, wir retten ihn mal. Die krieg ich da eh nicht hoch. Hä. Nein. Oh, ui. Ah, i. Uh, schade, i. Ah. Hui. Okay. Ich hab echt wenig Energie, aber ist egal. Okay, so. Wir haben es gleich geschafft, ja. Also so halbwegs. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir zumindest schon mal wieder ein bisschen Spuse. Da komm ich gar nicht rüber, oder? Ich guck einfach mal. Komm mal, Quickshave. Tatsächlich, wir kommen rüber. Okay, listen up. Hier ist aber niemand mehr, okay. Ui, okay. Schön, schön. Es sind nur noch neun da, okay. Ja klar, die beiden, die im letzten Raum waren. Plus alle wiederbelebten. Schön. Elf muss ich nur retten, hab ich gesehen, glaub ich, ne? Ja klar, hier unten hab ich drei gerettet. Und oben müsste ich... Ich hab schon wieder vergessen. Sieben, acht, neun haben. Auf jeden Fall fehlen irgendwo noch welche. I, u, a, i, u, a, i, a, okay, wir, aha, wenn es gleich geht, schafft. Eins, zwei, drei, sollte reichen. Und höppah. Guten Tag. Achso, man muss einfach nur Hallo sagen, das ist natürlich cool. Da sind schon wieder so viele. Was soll das denn? Mensch. Ich seh grad nicht, ob hier jemand arbeitet. Ah, sieht ganz so aus. Na, 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 juhu. Und schlüssig ist der Dennis, ich... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weesport-Scheiße, ich mag Weesport-Scheiße nicht. Ich freue mich, wenn die Gegner schießen können. Aber okay, dann muss sie irgendwann hinbegeben, die Weesport-Kram. Weil warum soll ich mich sonst Verstärkung holen können wieder? Komm, stürp, 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 stürp. Vor allem, wie soll ich sonst mit dem Eib da hochkommen? Gestört. Ja, komm, danke. Tot? Ja, toll. Und deswegen mache ich so ein Hack-Mack. Es gibt also doch ein Hack-Mack. Oder ist jetzt beim Alarm wieder alles? Drei habe ich noch. Ui, drei, okay. Ich hoffe mal, das reicht. Ansonsten muss ich mir noch ein neues holen. Oh nein, das reicht auf keinen Fall. Das ist ziemlich weit. Den ganzen Weg nochmal zurück. Ja, aber dann versuche ich das jetzt auch nochmal, äh... Oh mein Gott, meine Nase, ne? Die ist dicht. Ähm, ich versuche jetzt nochmal, bei dem anderen Bereich auch noch alle zu holen. Beziehungsweise den Rest, den mir noch fehlt. Sag, ich brauche jetzt. Ich gucke mal direkt mal ein bisschen mehr hier. Nein. Ja, danke. Und danke. Und danke. Ich habe hier schon mal 40 am Stück hoch. Boah, was? 40 Minuten bin ich schon hier in diesem verkackten Level? Boah. Ich habe vergessen, wie schnell die Zeit beim Aufnehmen rumgeht, ey. Das ist total krass. Ah, ist aber schon nicht ohne, ey. Von da muss man erstmal wissen, dass meine Weespawn-Punk nicht andauernd neu-Weespawn. Heißt ja nix, ne? Von Alt-Spiel ist, war man das gewohnt von den Slokhütten. Dass auch nicht endlos Sloks rauskamen, aber... Das heißt ja nix. Ach ja, Waffe. Wäre nicht schlecht. Ich muss auf den einen Modaken aufpassen, auf jeden Fall. Soll ich mal hier ein Car-Wix-Safe? Okay. Ich gucke hier direkt schon mal ein bisschen um, ob ich hier nicht vielleicht doch noch irgendwo welche finde. Boah, der eine steht so denkbar ungünstig, ne? Das ist unfassbar. Ja, hier. Hier sitzt doch nur einer gewesen, Spawn. Oh, hätte ich das früher gewusst. Och, ist das langweilig. Oh, ist doch wieder mal eine Doofheit gewesen. Oh. Ja, wobei Doofheit ist das nicht. Das ist Unwissenheit. Ich habe schon genug Spiele gespielt, wo halt irgendwo endlos Gegner respawnen. Das ist keine Seltenheit beim Spiel. Und hier habe ich den, glaube ich, auch schon rausgeholt, ne? Ah, da ist auch noch einer. Perfekt, okay. Das ist doch schon mal schön. Habe ich den einen nicht mitgeholt? Bin ich blöd? Bitte keine Antwort. Okay, gut. Da war's das hier, glaube ich, schon. Gut. Scheiße. Ach, ich hätte mir so viel Zeit sparen können, wenn ich nicht so... ...unwissend wäre. Hallo, komm mal mit. Hey, Gabe. Oh, und du kommst bitte auch mal mit? There's my buddy. Hey, Gabe. Äh, äh, danke. Gut, ich glaube aber, es fehlt immer noch einer, oder? Ob ich nicht so einen übersehe, Mensch? Everybody listen. So, okay. Alle rettet sich, bitte selbst. Ich meine, einen habe ich übersehen. Ich meine, einen habe ich übersehen.